Ein Linearschallkopf mit einem muskuloskeletalen Untersuchungstyp wird eingesetzt, um eine Ultraschalluntersuchung der Sehne des Supraspinatus durchzuführen. Der Patient befindet sich in sitzender Position mit der Hand auf dem Rücken in Richtung des gegenüberliegenden Schulterplatz ragend. Der Untersuchende steht vor dem Patienten und hält den Schallkopf über den seitlichen Schulterbereich, wobei die Orientierungsmarkierung in 10-Uhr-Position angewinkelt ist. Der Musculus deltoideus ist die superficiell zu erkennende Struktur und liegt über der Sehne des Supraspinatus. Die Bursa subacromialis subdeltoidea ist als dünne, dunkle, hypoechogene Linie zwischen dem Musculus deltoideus und der Sehne des Supraspinatus sichtbar. Der helle, hyperechogene Kopf des Humerus ist unter der Sehne sichtbar. Der Schallkopf wird langsam von Seite zu Seite bewegt, um die Integrität der Fasern zu prüfen. Anschließend wird er langsam nach medial bewegt, bis der hyperechogene Prozessus coracuideus sichtbar ist. Die Sehne des Bizeps kommt im mittleren Teil des Bildschirms als hyperechogene kreisförmige Struktur zum Vorschein. Die Sehne des Subscapularis befindet sich auf der rechten und die Sehne des Supraspinatus auf der linken Seite des Bilds. Der Schallkopf wird dann im Uhrzeigersinn gedreht, sodass sich die Orientierungsmarkierung in Zwei-Uhr-Position befindet. Der Musculus deltoideus wird als superfiziell zu erkennende Struktur auf dem Ultraschallbild dargestellt. Die Sehne des Supraspinatus mit feinfaserigem Muster sieht aus wie ein Vogelschnabel, da er in die größere Tuberositas genau unter dem Musculus deltoideus und über dem hyperechogenen Kopf des Humerus hineinrückt. Die Sehne sollte vom proximalen Ansatz nach anteromedial bis zum lateralen Muskelsehnengelenk abgetastet werden, um die gesamte Sehne zu prüfen. Der Patient wird dann aufgefordert, die Hand in Richtung der gegenüberliegenden Gesäßtasche mit der Handfläche nach oben zu positionieren, damit die Prüfung der Sehne des Supraspinatus abgeschlossen werden kann. Der Musculus deltoideus ist die superfiziell zu erkennende Struktur. Die Bursa superchromialis subdeltoidea ist als dünne, dunkle, hypoechogene Linie zwischen dem Musculus deltoideus und der Sehne des Supraspinatus sichtbar, wobei sich der helle, hypoechogene Kopf des Humerus unter der Sehne befindet. Der Schallkopf wird langsam von Seite zu Seite bewegt, um die Integrität der Fasern zu prüfen. Anschließend wird er langsam nach medial bewegt, bis der helle, hypoechogene Prozessus coracoideus sichtbar ist. Die Sehne des Bizeps kommt im mittleren Teil des Bildschirms als helle, hyperechogene, kreisförmige Struktur zum Vorschein. Die Sehne des Subscapularis befindet sich auf der rechten und die Sehne des Supraspinatus auf der linken Seite des Bilds. Die Prüfung kann nun abgeschlossen werden.